1 Dollar und 87 Cent. Das war alles. Und 60 Cent davon bestanden aus Penny-Stücken. Pennys, die sie durch zähes Falschen dem Krämer, dem Fleischer und dem Gemüsehändler nach und nach abgehandelt hatte, bis es ihr die Schamröte ins Gesicht trieb. Denn sie bemerkte sehr wohl, dass man ihr diese Pfennigfuchserei insgeheim als kleinlichen Geiz anlastete. Dreimal zählte Della nach. 1 Dollar und 87 Cent. Und morgen war Weihnachten. Da blieb nun wirklich nichts anderes übrig, als sich auf das schäbige alte Sofa zu werfen und zu heulen. Was Della dennoch tat. Und was uns zu der hochphilosophischen Überlegung führt, dass das Leben aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht, wobei die Seufzer wohl in der Überzahl sind. Während die Dame des Hauses allmählich vom ersten der genannten Stadien in das zweite hinübergleitet, werfen wir einen Blick in ihr Heim. Eine möblierte Wohnung für 8 Dollar die Woche, die eigentlich mehr die Bezeichnung Asyl verdient, denn nur wenig unterscheidet sie von den unsäglichen Behausungen, die die Fürsorge Obdachlosen zur Verfügung stellt. Im Entree befand sich ein Briefkasten, in dem nie ein Brief fiel, und ein Klingeknopf, dem keines sterblichen Fingers jemals ein Ton entlocken würde. Vervollständigt wird dieses Bild durch ein Schildchen mit der Aufschrift Mr. James Dillingham Young. Den Namen Dillingham hatte man in besseren Zeiten dort unten angebracht, als vorübergehender Wohlstand seinem Besitzer 30 Dollar pro Woche einbrachte. Jetzt war sein Einkommen auf 20 Dollar geschrumpft und die Buchstaben auf den Namensschildchen waren von Wind und Wetter so ausgebleicht, dass sie aussahen, als würden sie ernsthaft darüber nachdenken, ob sie sich nicht besser zu einem bescheidenen und ganz anspruchslosen D zusammenziehen sollten. Jedes Mal aber, wenn Mr. James Dillingham nach Hause kam und seine Wohnung betrat, wurde er von Mrs. James Dillingham, die wir ihnen bereits als Della vorgestellt haben, stürmisch umarmt und begeistert als Jim begrüßt. Was alles eigentlich sehr erfreulich ist. Della hörte zu Weinen auf und retuschierte die Tränenspuren in ihrem Gesicht mit der Puderquaste. Sie stand am Fenster und sah betrübt einer grauen Katze zu, die in einem grauen Hinterhof einen grauen Zaun entlang schlich. Morgen war Weihnachten und sie hatte nur einen Dollar und 87 Cent, um ihrem Jim ein Geschenk zu kaufen. Seit Monaten hatte sie nach Kräften jenen Penny gespart und das war alles, was dabei herausgekommen war. Mit 20 Dollar in der Woche kommt man nicht sehr weit. Sie hatte mehr Ausgaben gehabt als geplant. Das ist ja immer so. Nur 1 Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Ihrem Jim. Viele glückliche Stunden hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken. Etwas wirklich Feines, Seltenes, Kostbares. Etwas, das wenn auch nur halbwegs der Ehre wörtlich sei, ihrem Jim zu gehören. Zwischen den Fenstern des Zimmers hing ein schmaler, langer Pfeilerspiegel. Vielleicht haben sie eine solche Art von Spiegel in einer 8-Dollar-Wohnung gesehen. Nur eine sehr schlanke und bewegliche Person kann, so sie ihr Spiegelbild in einer raschen Folge von Längsstreifen zu betrachten in der Lage ist, ein einigermaßen zuverlässiges Bild ihrer äußeren Erscheinung gewinnen. Da Della schlank war, beherrschte sie diese Kunst. Plötzlich wirbelte sie herum und stellte sich vor den Spiegel. Ihre Augen blitzten aufgeregt, doch ihr Gesicht hatte in weniger als 20 Sekunden alle Farbe verloren. Rasch loste sie ihr Haar und ließ es in seiner vollen Länge herabfallen. Das war's für heute.